Hallo und herzlich willkommen in meinem Musikzimmer zur Bildnizmusikstunde. Heute spielen wir die Vogelhochzeit und die linke Hand begleitet mit Akkorden. Ich spiele es euch einmal vor. Ich wünsche mir viel Spaß, wenn ihr es euch anschaut oder vielleicht mitspielt. Kommt an die Tasten. Die linke Hand spielt Akkorde. Den C-Akkord C-E-G. Und den G7-A-F-G. Die zwei Akkorde sind in halben Noten immer auf eins und auf drei im Takt. Also eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Ich spiele die rechte Hand. Ihr spielt mit den Akkorden gleich mit. Eins, zwei, drei. Und C-E-G. Bis 7. Bis 7. Bis 7. Bis 7. Bis 7. Bis 7. Und C-E-G. Und C-E-G. Gut gemacht. Wenn es klappt, dann spielen wir es auf den Tönen miteinander. Eins, zwei, drei, vier. Und C-E-G. 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 wenn du jetzt die Vogelhochzeit mit Akkorden spielen kannst. Und bis zur nächsten Musikstunde sage ich Tschüss.